Willst du das Messer vielleicht mal haben? Ne, jetzt hab ich die Diegel. Ne, 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 passt schon. Jetzt nur Bescheid sagen müssen wir das wieder weg, weil ich es wieder haben kann. Hier ist ein Basie. Falls jemand Bedarf hat. Ich habe Bedarf. Ich hab ein Messer. Ich weiß auf dein Messer. Oh jetzt gibt es hier wieder Clowns. Oh und da ist irgendwo ein Molli. Aber ich bin zu dumm um ihn zu sehen. Hinter dir. Gut, dass ich das aufgenommen habe. Das ist doch eine Hexe. Schon wieder, ey. Lass sie jetzt mal einfach in Ruhe, okay? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nicht. Ich sehe sie. Sie sitzt da neben dem Baum. Ja, okay. Oh, ich hör schon wieder diese Quietschen aus. Das ist so gut. Ich guck einfach auf den Boden. Da ist noch ein Molli. 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 Guck sie nicht an! Hör auf! Dieser verdammte Random. Ich muss wieder nicht. Fridge Messern. Ja, das musst du. Hier liegt noch ein CS-Kliff, ne? Falls jemand Bedarf hat. Tatsache. Ich nehm das mal. Hier liegt noch ein Molli. Aber ich weiß nicht, ob das auch ein CS-Kliff ist. Ja, ich brauche Hilfe. Ah! Spoker, Spoker! Meiner, Meiner! Oh, Leute! Ich brauche sie in Höhe! Das ist so dämlich. Auch das Schubsen ist so dämlich. Hier ist ein Granatwerfer. Wenn jemand braucht. Das tut sich nicht gut mit dem Messer. Hier ist noch ein CS-Kliff. Hier ist eine Gitarre. Weil jemand Bock hat auf eine Gitarre. Hint ihr auch ein Messer? Dann kann jemand Gitarre spielen. Und Adrenalin liegt hier auch noch. Oh, Adrenalin brauche ich. Da, gönnt euch hart, Leute. Und ein Molli. Ich hab ne Pipebomb gefunden. Also hier ist auch noch ein Molli. Ja, voll den Jackpot, Mann. Der Nigga! Voll drauf! Der hat... Der random. Ich hasse ihn. Also ich könnte... Ich könnte heilen, ne? Nein, ich wollte nur das Adrenalin nehmen. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich glücklich. Ich höre einen Clown. Oh, 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 oh. Alter, der Hurensohn will mich ficken. Und er hat mich gefickt. Ah, scheiße. Jetzt heile ich mich lieber selbst. Oh, hier gibt's AKs. Aber warte hier schon ohne mich. Ja. Wo wir den Zweck jetzt doch mitnehmen? Äh, nein, nein. Das ist meiner. Oh nein, ich kann ihm nicht in die Augen gucken. Das ist gruselig. Hast du ein spezielles Model für ihn? Nein. Das ist das Normale, schon zu schlimm. Oh Gott! Das ist ja gruselig. Aber wir können ihn sauweit schmeißen. Er nimmt ihn tatsächlich. Er guckt ihm jetzt die ganze Zeit in die Augen. Ich mach das nicht, wenn er ihn mitnehmen möchte. Das ist sein Problem. Ich hab einen Staff-Mitglied erstochen. Da ist ne Rohrbombe. Oh, Schleim. Feuer. Schleim. Feuer. Oh Gott, ich hab dem Typen den halben Kopf abgeschnitten mit diesem Messer. Hört sich gut an. Vielleicht das Messer aus diesem mexikanischen Exekutions-Video. Es ist schon wieder ne Rohrbombe. Davon. Einfach mal geworfen. Ja, warum denn nicht? Ich hab einen M16 mit Laser-Visier. Oh, hier ist ne M16 mit Laser-Visier. Laser-Visier. Und ich glaub, der gehört einfach nur zum Custom-Model mit dazu. Und ne fucking Giraffe. Ist immer eins dran bei mir. Ja, aber mit Laser-Pointer? Nee, ne? Ja, mit Laser-Pointer. Oha. Das meinte ich. Ist halt dann, wenn es auch jetzt nicht da, aber bei dem Außen-Model ist... Ich hör nen Clown. Hey, guck auf'm Boden. Ich seh nen Clown. Und nen Smoker. Kein Problem mit Zombies, aber bei Clowns hört's auf. Ah! Ah! High Bomb! Ist hier meine Antralin-Spritze dabei? Äh, ja. Dann können wir gleich bei dem Hammer-Ding Jonas aus der Chief-Methoden. Stimmt. Ah! Selber ins Zelten ist ein Boomer. Da liegt ein Mad-Pack. Meins. Fass es nicht an, fass es nicht an, fass es nicht an, fass es nicht an, fass es nicht an. Ich tue es nicht. Ich, ich, ich... Jetzt kann ich mir mal helfen können. Ah, das war ne Falle! Oh, 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 Sneak-Kill, Sneak-Kill, Sneak-Kill. Jawoll! Er schleppt echt den scheiß Gnom mit sich rum. Beeindruckend. Den schleppen wir jetzt bis ins Finale, der kommt mit. Hast du auch immer noch das Messer? Ja, natürlich. Was macht ein Katana in der Küche? Das ist, äh, um Sushi zu machen. Ah. Das macht natürlich Sinn. Weiß doch jedes Kind. Oh, Tank. Hä, Ninja-Schwert. Oh, hier, äh, was ist das? Ist das auch ne CS-Waffe? Guck mal hier, hier ist noch so ne CS-Waffe. Kann die zoomen? Die kann zoomen. Hast du die Scout? Oder die AWP? Ne, ne, die, ich weiß nicht wie die heißt. Ach, das ist die Krieg. Genau, die Krieg. Die nehm ich, die nehm ich mir noch. Schalt mal mit. Krieg hört sich gut an. Hier kommt gleich übrigens ne Tank, so, by the way. Die müsste, äh, original ne Six Sour sein oder so. Hier ist ne Kettensäge, falls jemand Bock hat. Und hier ist noch ein CS-Go-Knife. Alter, also von diesen CS-Messern haben wir jetzt ungefähr schon sieben Stück gefunden in dem Level. Ich glaub, wenn CS-Waffen spawnen, dann wahrscheinlich alle. Und da hinten ist, wie dir gesagt, ne Kettensäge, ne, falls da jemand Bock hat. Ich hätte schon Bock, aber das Messer möchte ich nicht aufgeben. Aber der Scheiß brauche ich nicht mehr wie Kettensäge. Oh, hier, hier liegt ne Spritze. Haha, die Pillen weggeworfen, achtlos. Ey, die hab ich ja gleich wieder auf. Ja, die hab ich mir grad reingehauen. NEIN! Das war so klar, Alter! Jetzt muss ich sterben. Never drop your goddamn drug. Ist das nicht gut, wenn man mit zwei Junkies in einer Kupfer hat. Oh, ich hab nen Tank. Ist mir egal, ich brauch Pillen. Hier, nimm das mit. Der war mal voll daneben geämmt, der Molli. Ich hab grad nur nen Stein gesehen, der da war. Oh, zersägt den Tank. Ich werd ihn sowas von zersägen, aber erst wenn ich ihn anzünden. Komm her! Jaaaa! Aua! Ich hab ihn kurz angesägt. Kurz angesägt. Ich hab ihn kurz angemessert. Ich hab nur mal Spitzchen reingehalten. Nur mal, um zu gucken, wie es so ist. Mal gedippt. Wir sind alle nicht so gut bei Gesundheit, muss ich feststellen. Ja, mir geht's super. Ich geh mir nie besser. Ich war auf, sowas zu behaupten. Hier liegt der Zwerg, Leute. Ich heb den nicht auf. Hast du den mal ins Gesicht geguckt? Nimm ihn mal in die Hand. Atemberaubend. Der sieht schon ein bisschen dope aus, muss ich sagen. Alter, die Kettensäge rockt schon ein bisschen. Oha, hier ist, äh, Medic. Jetzt wird's jetzt schief. Da kann ich bestimmt ein paar Tage nicht schlafen. Erstmal, uh. Okay, wer hielt sich denn jetzt alles? Ah, ich hab jeden Mann. Ich darf mich nicht halten. Ich hab die wenigsten Läden. Das find ich sehr gemein. Oh, wer hat sein Adrenalin fallen lassen? Ah, wo? Haha, ich hab ihn ja Mitte durchgesägt. Oh, ich hab ihn ja Mitte durchgesägt. Hä? Äh, hebt die Säge mal auf, denn wir müssen gleich rushen. Ammo hier. Hä, was? Hier kommt gleich, wo wir rushen müssen, zum Autoscooter. Ja, dafür hab ich's. Oh, ein scheiß Clown, Mann. Oh, wo ist ein Clown? Ah, ich hab ihn schon gekillt. Panther? Oh, 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 ja. Hinter uns Backspawn. Ja, gut. Alles gut. Halt's Maul! Au! Ups, das tut mir leid, das mach ich sofort wieder gut. Okay. Zieh die Hose aus und guck dich. Ja, ich bin schwarz-weiß. Geh heilig. Direkt unter uns müsste so ein Lagerraum sein, wenn ich mich noch richtig erinnere. Lagerraum? Oh, ich hab mir irgendwas gebrochen, ey. Geht's ja nicht auch durch so einen Liebestunnel durch später? Äh, ja. Direkt das nächste Level, glaub ich. Hier ist ne Axt. Oh, und ne Caddy. Oh Gott, das hast du selbstgemachten Kettensägen-Sound. Das sind so gut. Bin ich mal neben mich, dann kann ich's mal laut machen. Führer einen Clown. Ich hör's nicht. So, los geht's. Bleib einfach dicht hinter mir. Dicht hinter mir. Ich bin dabei. Ich hab grad kurz Sorge und Rochelle gemacht. Sieht aus, ob du so tun willst, ob die Kettensäge wirklich funktioniert. Das hört sich so an. Was? Schutzraum? Wieso hast du den Boomer erschossen? Er war im Safe-Room. Ja, ein Boomer im Safe-Room ist immer noch ein Boomer. Und die mag ich nicht. Oh Gott, ich bin umgeben von Leidenschaft. Das ist ein Teil. Ja, hier liegt ein Leidenschaft auch noch hinter dir. Kannst du das mal aufheben? Nein, die Kettensäge ist nicht leer. Wir sind verloren in den Schutzraum. Wow, 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 so war das nicht geplant. Jeder kämpft für sich selber. Dämlicher Uhrensohn. Wer hängt da draußen eigentlich noch ab, ey? Ich glaub, er wird den Gnom wiederholen. Stimmt. Ah. Der Ort ist immer halt, ne? Ja, kann ich mir die Axt holen? Oh, er hat den da hinten. Er hat sich echt Mühe gegeben bis jetzt, ne? Respekt. Tut mir fast schon leid, dass wir ihn kurz vorm Finale kicken. Nice! Sehr schön.